Musik Hier sehen wir nochmal unsere fugenlosen Wandpanelen, die wir in jeder Größe, in jeder Farbe mit verschiedenen Dekoren oder Bildern haben können. Vor allen Dingen auch fugenlose Nischen. Das heißt, wir haben hier nirgendwo eine Kante. Das ist ein Stück, was wir auch wiederum in jeder Größe und mit Beleuchtung zum Beispiel auch haben können, um gewisse Effekte zu bekommen. Unsere Duschkabinen sind genauso wie diese Wände sehr pflegeleicht. Normalerweise würde man ja hier auch um diesen Griff herum wischen. Wenn ich jetzt hier wische, hier kann ich ihn abnehmen, kann drüber wischen, Griff ist wieder dran. Oder ein fugenloses Wandanschlusspanel. Das heißt, mein Wischer geht bis an die Wand und ich kann hier runter wischen und habe keine zusätzlichen Kanten und Ecken, die die Reinigung erschweren. Das sind auch immer solche Punkte, die uns sehr wichtig sind. Einmal die Langlebigkeit eines Produkts. Also wir haben hier Nutzungsdauern von 20 bis 30 Jahre. So sind die Produkte konzipiert. Wir haben eine sehr pflegeleichte Oberfläche hier zum Beispiel, wo das Wasser sehr gut abperlt. Und auch eine gute Funktionalität für die Produkte. Wir haben hier zum Beispiel unser Duschboden auch in jeder Größe, in jeder Farbe, in verschiedenen Oberflächen von der Anti-Rutschfähigkeit zu bekommen. Mit solch einer Wandzarge, bei der ich hier vor der Wand oder hinter der Wand diese Zarge habe von 3,5 cm, damit das Wasser gar nicht erst in die Wand eindringen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017